Mein Name ist Klaas-Ulle Voll. Ich bin Teamleiter für das Recruitment und die Personalbetreuung bei der VHH. Mein Aufgabenbereich bei der VHH umfasst sehr, sehr viel Austausch. Insbesondere müssen mein Team und ich wissen, zu welchem Zeitpunkt an welcher Stelle im Unternehmen wir wieviel Personalbedarf haben. Das heißt, wir sprechen, wir telefonieren, wir schreiben E-Mails. Nachdem wir die Personalbedarfe geklärt haben, kümmern wir uns darum, dass nicht nur im Unternehmen selbst, sondern auch außerhalb der VHH jede Person informiert ist, dass wir Personal suchen. Das heißt, wir erstellen ganz tolle Stellenausschreibungen und lernen dann sehr, sehr viele Personen kennen, die sich bei uns bewerben, die sich für uns auch begeistern können. Das Tolle an dem Job beziehungsweise an den Aufgaben ist bei uns, dass wir extrem viel Kontakt zu Personen haben, die wir noch nicht kannten und deren Lebensläufe wir kennenlernen können. Das heißt, sehr häufig greifen wir auch gerne mal im ersten Schritt zum Telefon und klären vielleicht offene Fragen. Und wenn wir dann mehr Gesprächsbedarf haben, dann lernt man sich auch persönlich kennen. Mein Team in meinem Bereich ist sehr bunt gemischt in jeglicher Hinsicht. Das heißt, wir verschieben natürlich auch die Aufgaben nach Präferenzen. Die eine Person hat vielleicht selbst einen technischen Hintergrund und kann sich daher auch für technische Aufgabenstellung, Stellenausschreibungen begeistern und hat selbst das Know-how, wenn es in die IT geht oder in den Bereich Kfz. Ganz klar natürlich im kaufmännischen oder unserem Hauptgeschäft den Transport, den Bewegen unserer Kunden von A nach B. Im Personalbereich ist es so der Klassiker. Ich möchte gerne was mit Menschen zu tun haben. Das habe ich hier ohne Frage. Und das Allertollste ist natürlich, sich seine zukünftigen Kolleginnen und Kollegen mit aussuchen zu können. Gibt es irgendwas Tolleres, um dann später sagen zu können, ja, ich habe mir meinen Kollegen direkt eingestellt. Es gibt bei der VHH eine tolle Arbeitsatmosphäre. Aus der Personalabteilung müsste ich sagen, ja, jeder hatte eine Personalnummer. Bei uns steht auch ein Name dahinter. Wir sind groß, wir sind unfassbar divers, wir sind eine sehr bunte und vor allem echt tolle Truppe. Das macht das Arbeiten bei der VHH so angenehm.